Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo Regina, ich bin von der Sendung So Busted. Was läuft, Baby? Warum betrügen Sie Ihren Ehemann Ronny mit diesem sehr dünnen und hässlichen Mann? Ich liebe dich, Regina. Oh, das ist ein Ehemann. Und ein Schuldenberg. 20 Riesen. Dem die zwei nicht gewachsen sind. Hast du die Kohle von diesem Mann bekommen? Nein. Oh Gott, nein. Dann ist er tot. Und du auch. Jetzt haben Sie noch einen letzten Versuch. Ich mache ein Konzert drüben im Mercy Theater. Das Blatt zu wenden. Hör zu, du hast den coolsten, heißesten Rapper hier auf der Straße stehen. Ihr seht meine Limo nicht? Füßchen hier rauf und dann rein in den Van. Aber sie müssen ganz schön dick auftragen. Du hast uns ein Fünf-Sterne-Hotel versprochen. Außerdem haben wir es vergünstigt bekommen. Ja, sicher, weil Luther King hier erschossen wurde. Nein, aber weißt du, ein Karl namens King Luther wurde da oben in der 313 reingelegt. All die richtigen Moves machen. Aufhören. Ich will deinen Arsch klatschen hören. Klatsch, 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 klatsch. Komm schon, klatsch, klatsch. Yeah. So muss das sein, Mädchen. Und jede Menge krumme Dinger drehen. Das Geld. Sonst gehen die Türen nicht auf. Ich hab dein Geld. Hey, Russell! Brauchst du Hilfe? Oh, je! Nein! Ich brauch Hilfe! Nimm das Geld! Er darf dich nicht sehen. Nur weil ich dir erzählt hab, dass dein Vater vielleicht Don King war, heißt das nicht, dass du so tun musst, als wärst du ein Promoter. Und Showtime. Tja, vielleicht ist es in meinem Blut. Dieses Konzert muss laufen. Unser Leben hängt davon ab. IceCube, Mike Epps, Young Jesus. Oh, das ist ein Mann! Das ist ein Mann! Lauf weg, schnell! Janky Promoters. Ich bin raus, weißt du, Jelly Roll? Versuch nicht, mir das auszureden. Ich bin raus. Du bist der beste Mann. Du hast es im Blut. Ich bin zurück.